Hier haben wir das Hütchen, das ist alles noch in grün und das wollen wir eigentlich in blau haben, dass das dann alles einheitlich zusammen passt. Hier unsere Statuen, die sehen auch schon etwas böse aus, mit Schwarz und Dreck, die müssen abgestrahlt werden, dann müssen die auch richtig gespritzt werden und die Blumenkügel dann vielleicht. Hier sieht am allerschlimmsten wieder Balkon aus, das ist absoluter Horror, unser Balkon. Hier unser braunes Hütchen, das muss auch eine andere Farbe kriegen, das sieht auch schlimm aus. Und hier sind halt überall Risse, Sprünge, der Hahn muss weg, wir haben auf jeden Fall viel Arbeit. Unser schönes Bild, das kommt auch weg. Und hier muss es ausgemerkelt werden, da waren die alten Fenster, dass man das nicht so sieht. Hier haben wir dann noch unsere braunen Abdeckungen, das muss auch alles weg. Wir werden auch alles blau machen, weil weiß wäre nicht so gut, machen wir alles. Und hier unten, das wird auch alles schön gemacht. Hier drüber, da geht es noch, da ist nicht so viel passiert. Hier hat man auch noch ein kräftiges Gelb und vorne haben wir halt ein ganz schlimmes Gelb. Und das braune hier, das muss auch alles blau sprechen werden. Hier unser Anbau, der muss auch noch richtig schön gemacht werden. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert. Und dass es dann ein schönes, gemütliches Haus gibt dann. Jetzt lassen wir uns auch richtig schön wohlfühlen. Die Mutter Gottes, da muss nichts dran gemacht werden, die passt. Und die müssen wir hin, die bösen Wurzelsippen. Und das ist jetzt sehr gut.